So, liebe Freunde, herzlich willkommen. Wir sind hier auf Wartburg. Leider ist es mir nicht gestattet, innen drin Aufnahmen zu machen. Deswegen mache ich das hier draußen auf dem Burgzinn, wo so mancher Rüstungsbekannte Ritter nicht ganz auf dem Wegzinn zu sehen, was hier jetzt großartig wird mit dem großen Abstand. Hoffentlich versteht ihr mich überhaupt bei dem starken Wind, weil hier oben ist wirklich Wind. Also hat Frischluftmangel sicherlich auch im Sommer hier nie. Und die Wartburg gehört natürlich mit zu den ganz, ganz großen Sehenswürdigkeiten, nicht allzu weit weg von Erfurt. Und ich würde mich freuen, und ich glaube, die Wartburg auch und viele andere, die hier arbeiten, wenn auch ihr vorbeikommt, euch das mal anschaut. Es ist toll organisiert, für Familien kostet der Eintritt 29 Euro, was sehr günstig ist. Wir sind jetzt hier und es ist schon am Preis, wo man sagen kann, okay, hier ist ein gutes, altes Stück Kulturhistorie. Hier wird es in der ganzen Phase zu sehen. Die Gebäude sind toll renoviert, alles wirkt sehr, sehr zeitgemäß. Man kann sich eine App runterladen auf sein Smartphone und kann dann seine eigene kleine Tür. Ich muss gar keinem Guide unterworfen. Ich glaube aber auch, dass es hier Guides gibt, die man sich mieten kann. So, dann wollen wir mal gucken, was wir in der Wartburg alles sehen können. Ich schaue mal, ob ich ein paar Auslaufnahmen noch machen kann. Ansonsten freue ich mich für euch, wenn ihr auch hier in den Genuss kommt, das hier zu sehen. Und wie gesagt, wir waren vorher in Erfurt, jetzt sind wir ein bisschen außerhalb, nicht in der Wartburg. Und jetzt gucken wir mal, was das hier zu bieten hat. Also, bis später!